Ich dachte, wir machen einfach mal einen Night Vlog. Heute hier für dich, Riau. Ich küss dein Herz, der Gart. Rein, na, Junge. Salud. Das ist für Pussies, Bro. Ich bin drunk, Bro. Hast du gesehen, Bruder? Ich hab geflecht wie das, Bro. Danke schön. Bitte schön. Me, I'm broke. I'm broke, mate, I'm broke. No dinero. No dinero. 3, 2, 1, go. Was geht ab, mein lieben Freund? Ich bin ja mal wieder vor euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video. Auf meinem motherfucking YouTube-Channel. Und ich hab gedacht, wir machen einfach mal einen Night Vlog, Bro. Ich bin unterwegs mit Faris. Ich geh ab, Bro. Ich geh ab. Gib meine Faust, Bruder. Du hast es noch gar nicht vorgestellt, Bruder. Wer bist du überhaupt? Dein Name, Faris. Wo kommst du her? Ich bin jetzt in Val de Carmen. Vorher war ich in Bochum. Bochum. Wie alt bist du? 20. Und was für ein Land, Mann? In Afrika. Mama Afrika, motherfucker. Was machen wir jetzt? Wir fangen an mit der Serviceria da vorne. Serviceria, meine lieben Freunde. Das ist so eine Brauerei. Und die haben so ein Konzept. Egal was du bestellst, kostet 23 Pesos. Burger, Tacos. Das ist krass, Bro. Das ist ein krasses Konzept, Bro. Und ist immer voll, Digga. Warte, ich drehe mal die Cam. Ja, hier ist Fifth Avenue. Hier ist eine Bar und da ist es eine Serviceria. Kriegen wir noch einen Platz, Bruder? Check it out, Mann. Oh, shit. Ich nehm. Wollen wir da hingehen? Was gibt's jetzt bei dir? Was kannst du hier holen? Kannst du hier auch Mix-Getränke und so kaufen? Ja. Also, Vodka, Red Bull, egal was. Und alles 23 Pesos. Okay, Freunde. Heute mal für mich eine Ausnahme. Ich trinke heute auch ein bisschen was. Für alle deutschen Säufer, die hier herkommen, kommt hier auf jeden Fall vorbei. Verkleidest du dich, Digga? Ah, ist Halloween jetzt am Wochenende, gell? Ja, deswegen sag ich's doch. Samstag. Die Dschungel-Party. Dschungel-Party ist Halloween-Party. Der Junge, der hier grad vor euch sitzt, ne? Der hat mich gefickt. Der will mich jeden Tag zwingen zu saufen, raus zu gehen. Ja, ja. Sting, Bro. Du bist, äh... Das kleine Teufelchen auf dem Arm, kennst du? Cheers, motherfucker. Ey, 25 Pesos, oder? Ja. Pro Getränk. 25, Freunde. Sogar Essen, ne? Bruder, das ist krass. Was ist das in Euro? 5 Euro? 3 Euro? 4 Euro? 1 Euro. 1 Euro? Oh mein Gott, Alter. Das ist crazy, Freunde. Also das ist auf jeden Fall der absolute Geheimtipp, wenn ihr nach Playa Day kommt. Eigentlich gibt's das überall, ne? Überall. Komplett Mexiko. Absoluter Geheimtipp, Freunde. Was? Vom Norden bis hier runter. Ich küsse dein Herz, Bruder. Geil. Danisco. Cerveza se den Maunfaka. Ich küsse dein Herz. Ich hoffe, ihr habt schön gefeiert. Erstmal ein Taco gemütlich, oder was? Ich küsse dein Herz, Digga. Was ist das jetzt? Eine Portion oder drei? 1, 1, 1. Drei, ne? Also 75 Pesos. Guten Appetit, Mainz. Tag schön. Oh shit man, jump at them. Chopping in, muhf***er. Hahahaha. Soap man. Oh shit man. Jumping in. Hahahaha. Sup man. Oh shit man. Ein paar Germans getroffen hier. Was geht ab? Alles gut? Alles bestens. Danke, Bruder. Alles bestens. Ihr seid von Cancun gekommen, ne? Genau, Bruder. Heute extra hier für dich. Ich küss dein Herz, Digga. Wie lange bleibt ihr hier? Wir bleiben... Wir bleiben nächste Woche Samstag. Nächste Woche Samstag? Keine Ahnung, Digga. Wollt ihr mal grüßen, irgendwas sagen oder so ein Shit, Bruder? Ich grüße meine Freunde, die mich sehen. Alle meine Freunde, die mich sehen. Keine Ahnung, irgendeine Verfolge. Grüße raus. Geil. Schöne Grüße nach Deutschland. Kommt nach Mexiko, Leute. Schöne Grüße. Ja, ja, anders, Sky. Lass das. Komm mal her. Killer, Digga. Oh, shit. Cheers, motherfucker. Rein, na, Junge. Salud. Das ist für Pussies, Bro. Ich bin drunk, Bro. Ich hab noch nie drunken Vlog gemacht, Bruder. Kennst du das? Du stehst auf und merkst dann, dass du drunk bist? Das geht ab, Leute. Wir sind jetzt hier noch ein bisschen spazieren. Du wolltest noch deine Lieblingspart zeigen, ne? Genau, genau. Wie heißt sie? Der Ruf. Der Ruf. Das ist der Ruf. Der Ruf? Ist das auf dem Dach, oder? Ja, ja. Oh, shit, man. Gefällt mir, Bro. Was sagst du? Der Ruf geht in. Der Ruf geht in. Der Ruf geht in. Eben hat es geregnet, Freunde. Ich drehe mal die Camel. Nightwalk in Playa del Carmen. Oh, shit. Ey, es gibt so Videos, ne? Wo die einfach nur laufen, Digga. Das könnte ich eigentlich auch mal machen. 4K Nightwalk in Playa del Carmen, Bro. Hab ich gehört auch. Hab ich gesehen, die ganzen Eulen dann im Thumbnail. Una pregunta. Quanto importante es dinero para un hombre? Nein, ich kann nicht sagen. Es ist sehr wichtig. Daher kommen wir. 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 Danke. Danke. Oh, shit, Mann. Was ist mit dir, Bro? Du hast schönes Muskeln, Mann. Ja. Mach ein Fleck. Was ist ihr Name? Alberto. Ja. Nice to meet you, Bro. Okay, Bro. Entschuldigung. Schau mal, was ist hier los. Was ist hier? Was ist hier? Ein geheimer Afterthought, Bro. Hier links. Echt jetzt? Ja. Bro, ist schon ein bisschen creepy, aber lass mal hier reinlaufen. Nein, nicht hier. Ach so, 69, Bro. Hier wollte der hingehen, Bruder. Nee, bist oft. Nee, bist oft. Ja, das war so. Mach nicht so. Okay, das ist deine Bar hier. Das ist deine Lieblingsbar? Quasi. War schon. War schon. Gemütlich, gell? Ja. Lass mal hochgehen. Ein Tequila auf den Nacken, oder was? Ja. Auf meinen Nacken. Auf meinen Nacken? Come on, let's go. Scheiß drauf. Lasst auf jeden Fall mal ein Like da, schreibt einen Kommentar und teilt es mit deinen Freunden. Ich bin der heißen Club. Bestell mir noch ein Glas. Ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Ja. Wir sind fach heute nah. Ja. Sup, man. Ja. Danke schön. Bitte schön. Ja. Bro. Sind Sie Influencer? Aha. Haben Sie... YouTube, ja, ja. Ich bin Vlogger. Santa Fe. Santa Fe. Wah. Ha. Ja. Danke schön. Danke, Mann. Du bist toll, du bist. Ja. Die greed. Die greed, die greed. Du bist ja. Auf die greed. Auf die Angst. Ja, die greed. Ich kann ein bisschen wie die ohne Kostüme aussehen. Ich kann ein bisschen wie die 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 Kostüme aussehen.